Datensicherung und Wiederherstellung mit Smart Switch, am Beispiel des Samsung Galaxy S9. Smart Switch ist eine einfache Möglichkeit, kompatible Daten Ihres Samsung Galaxy S9 auf einem Computer zu sichern. Öffnen Sie zunächst die Einstellungen-App und dort den Bereich Cloud und Konten, um auf Smart Switch zuzugreifen und sicherzustellen, dass die aktuellste Version installiert ist. Bestätigen Sie zunächst den Zugriff auf die benötigten Gerätefunktionen. Falls Sie dazu aufgefordert werden, aktualisieren Sie die Smart Switch-App und akzeptieren Sie zusätzliche Sicherheitschecks für Ihr Gerät, wenn Sie dies wünschen. Rufen Sie jetzt mit einem Webbrowser auf Ihrem Computer die Smart Switch-Webpage im Support-Bereich der Samsung-Website auf und laden Sie dort die Smart Switch-Software herunter. Installieren Sie die Software, indem Sie die heruntergeladene Datei ausführen und Smart Switch starten. Verbinden Sie die beiden Geräte mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels. Erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Smartphone-Inhalte, indem Sie nun auf Ihrem Samsung Galaxy S9 auf Zulassen tippen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Daten Ihres Samsung Galaxy S9 sichern. Tippen Sie hierfür in der Smart Switch-Software auf Ihrem Computer auf Sicherungskopie. Je nach Umfang der zu sichernden Daten kann die Sicherung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Nach erfolgreichem Abschluss der Sicherung erhalten Sie eine Übersicht aller gesicherten Gerätedaten und Inhalte. Wenn Sie in der Smart Switch-Software auf Ihrem Computer auf Wiederherstellen klicken, dann können Sie die gesicherten Daten wieder auf Ihr Samsung Galaxy S9 einspielen. Sehen Sie sich auch unsere anderen Tipps- und Tricks-Videos zum Thema Samsung Galaxy S9 an. ? thế ist ja, Hawkish Maaf. Здесь wird dann sehr gut sein, was sie in der Smart Switch-Softwareware. Ich habe einen красивый einen Smart Switch-Software zu situated verbreiten. Gerätreibenden, nachdem Sie alle niin, als sie kennenlernen. Untertitelung des ZDF, 2020